Herzlich Willkommen zu MOON 2! Ich bin die Bambina und ich bin die erste Woche! Ja! Auf geht's! Ja, geht das? Achja, hier ist es ja mit Mauskling! Ja, ist das nicht? Eine wunderschöne Landschaft! Oh, eine Stadt! Da ist eine Stadt! Wo sind die Hühner? Da! Bär! Meine Güte! Ja, hier sind ja nicht viele, wa? Ja! Das ist eine sehr alte Grafik! Ja, ich tue jetzt nur mal, als ob ich Ahnung hätte! Sehr die Grafik, ja! Ich finde das immer geil, wie die Kreuzen da! Bei den Augen, hier! So, zum Beispiel! Ich hab grad gemerkt, hier ist das so, dass ich erst nachladen kann, wenn ich eine Schlüssel verbraucht habe! Und nicht so wie bei dem ersten Teil! Checker! Checker! Ja, das Spiel hab ich von der... Wie heißt die CD? Die... Mohun! Die besten 10 Jahre! Davon ist es denn! Das hab ich vom Stormy LP bekommen! Ja, für die, die ihn nicht kennen, muss ich mal seinen Link... bei mir unten in den... rein... einfügen! Also, Spielwasser... muss ich auch mal wieder hier tränken, ne? Ach! Ein Schlugzeug! Ein gutes Schlugzeug! Ich auch so eins hatte... damals mein Bruder, glaub ich! Ja... Der gute Malty! Ahem! Ich halte euch ab! Oh, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht! Cool! Cool! Oh! Ja! Ich hab das Spiel schon ein paar Mal gespielt! Auch aufgenommen gehabt! Aber dann klappte das nicht! Das ist eindeutig nicht mein Rekord! Oh ja! Ah, jetzt drück ich wieder auf die Tasten, obwohl ich mit der Maus noch arbeite! Jaaa! Machen wir doch mal! Auf ein neues! Weil's doch so schön war! Oh! Minus 25! Hä? Das durfte ich auch nicht! Was passiert denn, wenn ich woanders kommt? Weiß noch nicht, was das war, aber... PUSH! Oh! Oh! Ich bin überrascht! Oh! 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 Ah! Oh! Achoo! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid, man! Es war nicht mein Absicht! Es war das Gewehr! Es war das Gewehr! nellach! Machte jetzt auch einer! Ne? Wow! Hier! Piau! 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 Piauu! 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 Aaaaah! Wobble hit! Das ist ja cool! Es ist mehr Punkte für mich. Ich will doch den Eisbuchs langs. Ja, die Hühner sehen sehr appetitlich aus. Aber das Spiel ist auch in den Jahren, lass mich lügen. Ähm, 2000. Da kam das raus. Also schon ganze 13 Jahre her. Ist ja klar, da sah das damals alles so ein bisschen anders aus. Stein. Stein, zwei Punkte. Fünf Stein. Nochmal Stein. So einiges. Oh nein. Meine Zeit läuft. Meine Zeit läuft. Oh, Schwabbel. Hey, you. Stein. So. Na komm, den will ich noch reden. Nein. Ich hab nicht so. Naja, man kann auch nicht alles kriegen. Hier ist schon wieder dieser Frank. Den kick ich hier noch raus aus dem Top 5. Und ich weiß auch schon, wie ich das mache. Indem wir nochmal spielen. Come on. Und ich weiß auch schon, wie ich das mache. So, Schifte auf dich nicht, Boote auf dich nicht. Frosch. So, jetzt machen wir mal auf Gangster. Jetzt müssen wir die Schnee ab. Aski-Punkte. Das macht Spaß. Also, so schlecht bin ich doch eigentlich gar nicht. Bis jetzt darf fast jeder Punkt. Außer, nein. Ja, was kann ich denn noch dazu erzählen? Das ist echt toll. Also, manchmal im Leben ist man einfach sprachlos. Oh, wer ist der kleine Mann denn? Klamis. Oh. Was gibt dir? Pumpe. Ich hab eine Geräte. So, dann kann ich eins dann abschießen. Ist ja cool. Ah, ich hab mich auch noch. Klamis drauf. Ist das jetzt so viele? So viel. Oh, zwei, zehn, neun, ein, zwei. Oh, jetzt hab ich eine. Pass. Haben wir geklappt? Nein. Ich hätte fast mal einen in den Heißwagen geklappt. Aber Frank ist aus der Liste. Und das muss ich sehen. Frank ist nun nicht mein Wasserwahr. Frank, wenn du das siehst. Nein. Jetzt übertreibe ich. Äh, warum steht der 2004? He, he, he. Oh, ist er auf meiner Defo? Der Hülle steht 2000. Das müssen wir jetzt nicht glauben. So, einmal will ich noch. Dann hab ich auch keine Lust mehr. Stein, Stein, Stein. Dann haben wir mal klein an. Oh, Schwabbelpfiff. Das kommt so. Dann wollen wir ihn jetzt mal finden. Solange dein Hütchen ist. Vielleicht gibt's hier ja auch. So wie bei dem ersten Teil. Ich hab mal ein erstes Video, was ich nicht erreicht habe. Das werde ich trotzdem, glaube ich, auch nochmal irgendwann versuchen. Wer weiß. Vielleicht schaffen wir das ja wenigstens mit den Erzieherfahrungen mit Hühnchen. Das wäre ja zu toll gewesen, wenn ich einfach schnell die Spinne abschießen könnte. Guck, ob ich das jetzt schaffe. Oder ich schaffe es mal. Na? Na? Mein bestes Ich-Will-Mein-Heiß-Quote-Nacken-Stamp bin ich für dich. Dem kann ich heute Abend gut schlafen. Ha! Na, komm. Ziehen. Oh, ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ja. Ich hab ihn schon geknackt, aber ich brauch mehr. Ich brauch mehr. Steine. 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 Ja. Ja. Hi. Ciao. Das wollten wir. Die Luftballons kommen hoch. Sie freuen sich. Alle verwenden die Feuergrenzen. Fette Party. Ja. Okay. So, Leute. Ich warte mal sagen, das war es schon mit Moment 2. Ich glaube, ich habe alles abgeschossen. Irgendwie. Klappt. Die Stadt gab Minuspunkte. Das Boot gab Minuspunkte. Pluspunkte waren Spinnen. Der kleine Mann da mit dem Kölbiskopf. Denn das kleine Frosch, das kleine Rottokal, kann immer dabei sein, ne? Das ist das Thema, das wollen wir. Ah. Ja. Wie beendere ich das jetzt? Na ja, Leute. Das war's für heute. Macht's gut.